Das Wichtigste bei der Technikumplanung ist, dass wir den Liefertermin pünktlich einhalten. Vor einem ersten Abguss starten wir mit einer Simulation des Gießprozesses. Anhand der Simulation können wir Stellen wie zum Beispiel Lumpabildung ausfindig machen und mit Speisertechnik dagegen bewegen. Also dieses Teil werden wir jetzt analysieren und anhand der Spektralanalyse bestimmen mit Zusammensetzung. Die Ultraschallprüfung machen wir, um im Vorfeld schon Fehler im Bustein erkennen zu können, bevor diese Teile bearbeitet werden. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017